Herzlich Willkommen im Ferrum zur nächsten Übung der Woche. Heute mit dem Kamerakind, dem Jan. Vielen Dank nochmal dafür. Ich hoffe es ist nicht allzu verwackelt. Ich auch. Und ich habe den Nikolas bei mir. Wir wollen heute Muscle-Ups machen. Der Nikolas hat es die Woche das erste Mal probiert und hat es gleich auf Anhieb gepackt. Und ich versuche euch dann zu zeigen, wie das Step-by-Step mit einer turnerischen Bewegung für viele Leute möglich ist, die jetzt noch glauben, das schaffen sie niemals. So, du bist an der Reihe. Also er kann es irgendwie von Natur aus. Er weiß nicht, was er macht, aber er macht es richtig. Das Außenhängen raus in den Stütz an der Stange. Ich zeige euch jetzt mal drei, zwei, drei Steps, wie das machbar ist. Also man fängt mit Schwingen an. Dann versucht mal gegen zu schwingen. Das heißt, wenn der Arsch zurück geht, geht die Beine vor. Und ich mache so eine Pullover-Bewegung. Und dann komme ich schwingend hier nach oben. Also wenn man weiß, was man macht und das Timing stimmt, dann kann man das auch mit ein bisschen Bauch machen. Ja, das ist der sogenannte Muscle-Up. Sieht cool aus. Das ist eine gute Übung zum Auspowern für die Rückenmuskulatur. Probiert es mal aus. Wenn ihr Fragen habt, kommt ihr zu uns. Wir werden es mal gemeinsam ausprobieren. Viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen. Bis bald. Vielen Dank, Igor. Gerne. Ciao. Ciao. Ciao.